hey leute ich bin's wieder mal und herzlich willkommen zu diesem neuen video heute gibt es mal wieder etwas neues so wie jeden tag gerade auf jeden fall ich habe mit ein paar kollegen das sind auch zauberer gewichtelt ich denke mal die meisten von euch wissen was wichtig ist ich schicke ihnen was sie schicken mir was und das war's okay wir öffnen das mal übrigens ich habe das glaubt noch gar nicht gesagt das paket ist vom lieben max und auch ein zauberer youtuber aber der macht nicht wirklich regelmäßig videos ich gucke mal jetzt in das paket hinein und da haben wir noch ein paket und noch ein kleines paket so leute das war's mit dem video falls es nein okay leute wir haben hier ein ding leute wir haben hier so ein cooles party schießding teil ich denke mal ihr kennt das war so und dann beste beschreibung des jahrhunderts ich werde es jetzt einfach mal hier im zimmer machen obwohl ich jetzt später eh bereuen werde ok vielen dank max das war ein kleines geschenk hier haben wir aber noch das große wo gerade irgendwie aufgegangen ist ihr müsst mal schauen wieder das zugeklebt hat ich hoffe man kann das hier sehen das sind einfach gefühlt 500 tesastreifen es ist die beste verpackung überhaupt schon mal dankeschön egal was drin ist ok er hat mir solche knallteufel dinger die knallerbsen ich denke mal die meisten von euch kennen das noch geschickt aber da kommen sägespäne raus ja danke max wir machen aber weiter wir haben hier noch ein paar geschenke ja ich habe von max kinderpflaster bekommen und zwar die piraten edition und hier unten steht noch mal extra wichtig umkreist klinisch getestet und es sind sogar verschiedene farben mann du denkst echt an alles oder er hat mir die perfekte frau geschickt ich weiß wie sie noch perfekter wird ich habe eine idee auf jeden fall vielen dank ich werde seinen kanal auch unten in die video beschreibung verlinken damit er auch mal ein paar abos bekommt und ansonsten war es das video mit dem video falls euch gefallen hat was mir gerne einen daumen nach oben da schreibt mir eure meinung zu euren also zu diesem video in die kommentare und dann sehen wir uns wieder morgen zum nächsten video hier kommt irgendwo zum letzten video hier zum abonnieren knopf und so weiter ihr wisst bescheid und dann sehen wir uns wieder morgen und bis dann